Herzlich Willkommen bei der Firma Jestand & K.A.G. Ihr Fachbetrieb für sanitäre Anlagen. Auf fast 700 Quadratmetern haben wir unsere Werkstatt, Lager und Büroinrichtung die uns jeden Freitag auf Vordermann gebracht. Mit vielen Spezialinrichtungen wie zum Beispiel unsere PE-Sage. Weisse Schweissmaschine. Weisse Gewinnschnittmaschine. Bohr- und Schleifstation. Ordnung und ein klares Ablagesystem ist schon sehr wichtig. Volltranung und Recycling wird durch ein grossgeschriebenes. Anliegen arbeiten. Probeinstallation. Und am Schluss noch die Fertigmontage. Service- und Reparaturarbeiten. Betrieb, Wartung und Brotalsarbeiten. Betrieb, Wartung und Brotalsarbeiten. Sie rufen schon um die Zeit an. Bis wir jetzt einen Verstauf können Sie vorbei kommen. Okay, ich komme auch gerade vorbei. Kein Auftrag ist für uns klein und für uns wichtig zu sein. Freut uns auf Ihren Anrufe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.